Ich hab mal gedacht, das ist eh schon hier alles verloren. Den Schmatz gefurzt und... Mit Männern hat das hier nix zu tun. What? Hihihi, er hat Sack gesagt. Alter, ist eine Schweinerei hier. Jetzt mal ernsthaft. 60 Gold für so eine grüne Halskette? Seid ihr noch da, hallo? Hört ihr mich? Ja. Ihr glaubt wohl, ihr seid lustig. Was ich lustig finde, ist, dass wir... Jetzt war schon hier... Der Einzige, der Plan von WoW hat, ist nämlich der Venian. Die anderen zwei hier sind eigentlich relativ dumm. Die reden nur die ganze Zeit. Bei Baloo ja. Der hat ja erst 300 Stunden durchgenerdet und dann entnervt gequittet, weil kein Content da war. Was denn? Was willst du denn hören? Ja, bei euch ist ja komm ich mir auch immer vor wie bei so einer Verabredung mit so einer Blondine. Die dann auch nicht redet. Weil sie den Mund voll hat, oder? Dann hab sie hin, die Mound. Kiki. Oi, oi, oi. Sie sind ja hardcore. Die ziehen's durch. Alter, aber hier. Und gleich totstellen. Welcher Hirn verbrannt, ey? Man verliert ja zumindest kurz aus dem Target, ne? Das glaub ich so ein Ziel daran. Da gab's doch auch mal ein Add-On bestimmt. Das Retarget-Add-On. Ja, das ist ja... Der Schurke war ja mutig. Den Krieger, den hau ich. Wollen wir nicht mal wieder so eine Flagge holen? Meinst du? Spacke. Statt zu zerken. Ich dachte, wir machen die so lange kalt, bis sie die Schnauze voll haben. Oh nein! Und Ass-Man! Verstehst du? Total witzig. Lucille, alte Granatwurzel. Ich bin's. Tot. Joa. Aber nett ist ja auch die kleine Schwester von Scheiße, ne? Ja. Joa. Ich bin's. Whoa! Bis zum nächsten Mal.